Lebe deinen Traum, denn er wäre wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn dir Zeit gekommen ist. Ja, greif nach den Sternen, du bist bereit. Glaub an dich, bald ist es soweit. Wir werden bei dir sein. Sei bereit! Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Demon Worlds. 2003. In diesem Part, nein, besser gesagt, im letzten Part war ich so gemein und hab den Part einfach so beendet. Jetzt geht's darum, wir müssen, Dings hier, Datamon besiegen. Ein Ultra-Digimon auf dem Datei-Level? Ne, ein Ultra-Level-Digimon mit dem Typus Virus oder Datei. Eins von beiden. Digibombe! Oh Gott. Wir haben das überstanden? Gah, Scramon, ähm, Metal-Gramon, was geht ab? Superladung! Bling! Bling! So. Für uns geht es jetzt soweit, dass wir nach Azuka City wollen. Ich sage heute, das ist ein richtiger Aufnahmemarathon heute. Weil, ähm, ich muss die ganze Zeit aufnehmen, weil ich keinen Speicherpunkt habe. Ich würde ja gerne, äh, endlich pausieren und was anderes aufnehmen, aber es geht nicht! Sag mal! Wird du mich verarschen? Ja, du Hure, verpiss dich! Na, wenn das nicht funktioniert, dann greifen wir ihm normal an. Auto-Recover? Das hat dir gar nichts gebracht, du Affe. Bling! Bäm! Das hat getroffen. Aber hat nichts gebracht. Oh je. Warum macht er mit seiner normalen Attacke gleich so viel Schaden? Voll das Hurenfier, ey. Okay, du hast nicht anders gewollt. Ich rufe... Pale Dramon! Pale Dramon wird die Sache schon reißen, da bin ich mir ganz sicher. Mit seiner... Was geht jetzt ab? Achso, heilt sich wieder. Ja, genau, heilt sich... Metal Attack! Los! Maschine zerstört man! Willst du mich verarschen? Oh mein Gott, was ist das? Und vor allem, warum wehren meine Dramon nicht ab? Fick dich. Attacke. Ich... Ey, das kann nicht sein. Wenn ich jetzt ernsthaft draufgehe, dann kotze ich. Ohne Scheiß. So, Wargroilmon. So ein dreckiges Digimon, ey. Ohne Scheiß. Guckt euch das an. Was für ein Mistvieh. So. Item. Nein. Das ist mein letztes Digimon. Ich hab keine Heil... äh, Lebendigtes mehr. Machen wir erstmal hier Double Power. Wenn, dann muss der Angriff ruchten. Okay. Scheiße, ich muss jetzt gewinnen. Und der ist greift an. Mann, wehr doch mal ab! Heilige Scheiße, wie soll das funktionieren? Mann. Ich will nicht sterben. Dann nochmal alles von vorne. Ey, wer doch einfach mal ab, du blödes Mistvieh. Ja, wenn das Vieh gleich nochmal angreift, bin ich erledigt. Das ist... So sicher wie das Abend in der Kirche. Ich kann grad nur auf Zeit spielen. Was für ein Scheiß. Guckt euch das an. Yay, du hast einmal abgewehrt. Ich bin stolz auf dich. Boah. Dein Normalheilen. Komm. Scheiße. Auto-Recover. Wenn ich jetzt auch... Wenn ich jetzt drankomme, dann hab ich wenigstens eine Chance. Attacke. Triff. Treffer. Oh mein Gott. Das kann ich vergessen. Ey, weißt du was? Fick dich. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, du dummer Bastard. Und ich bin tot. Und ich bin tot. Ich bin tot zu. Ich bin tot. Ich bin tot. Wisst ihr, woran das liegt? Weil nicht eine verdammte Attacke von mir getroffen hat. Nicht eine einzige. Hätte Metal Greymon getroffen, nie ganz. Hätte... Wisst ihr, was jetzt der größte Witz ist? Es muss alles nochmal gemacht werden. Alles. Oh, Leute, wisst ihr was? Ich beende den Part an dieser Stelle. Und ich werde mich dann nochmal um alles kümmern. Offscreen. Und ja, das ist ein sehr kurzer Part gewesen. Tut mir wirklich leid, Leute, aber so muss es sein. Ich werde diesen Part dann direkt im Anschluss hinterher hochladen. So, dass ihr das dann sehen könnt, den Fail. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hat dieser Part gefallen. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play Digmon World 2003. Hau es da ein, tschau es da ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dengoku. Liebe Dengoku. Vielen Dank.